Du musst weiter weg. Entschuldigung, du hast das Beste für so wie die Krabbe gebracht. Boah, ich finde das schon. Alter, das schmeckt mal irgendwie. Ja, man kann es treten. F***, das ist doch wuffelig. Deine Mutter geht gar nicht. Guck mal, die Haft geht aus. Ja, oh ja. Was machst du, wenn du klebtrische Hände damit hast? Hörst du gegen die klebtrische Hände? Die Nasen? Oh, dieser Kleber geht ja immer rein. Den man auch so annähert zu glauben. So, was sollst du dir machen? Ja, mach mal, ich kriege den Hände. Du hörst mich immer nicht dagegen. Das ist der Box-Datei vom schönen Kamera. Komm her. Klebens. Du hast zwei Sekunden Zeit. Deine Kamera leuchtet rot. Das ist da gut. Ich spreche das mal. Ja, zwei Sekunden. An der Seite auch. Das weiß ich. Das ist nur Verschickung. Die Leute reden hier vorbei. Die Leute reden hier vorbei. Im SPK. Rock it down. Ein Rock it down. Deine Rock it down. Deine Rock it down. Deine Rock it down. Ey, hat der Verschick? An der, wie haben brauchst du die Maus für deine Haare? So. 10 Minuten. Gucken wir mal, was ich fang. Jetzt machen sie bloß jetzt bei dem scheiß Haarspeer, was wir da machen. Nehmen wir übrigens in die Haarspeer gar nicht mehr in den Arm trennen. Das ist ja fliegt von alleine. Bei einem Klang. Und. Und jetzt geht's gar zum Julien. Jetzt können wir uns eine. So mit der Frau mit so einem Scheiß schneiden, meine Haarspeer. Okay. Nein! Nein! Refektionierung geht nur. Ja, das war, weil deine Haare schon teils waren. Aber jetzt sieht schon... Das ist shit, Alter. Geh mal aufs Klo hier und guck dir mal an. Warte vorne. Ich hab mir gesagt, was du wärst du mit dir. Geh mal aufs Klo hier in der Unkürstion. Guck mal auf. Ich hab mir zu meinem. Geh mal aufs Klo. Geh mal aufs Klo. Geh mal auf. Geh mal auf. Geh mal auf. Untertitelung des ZDF, 2020